Ich hab auch alles für den gemacht. Frauen machen ja für Männer prinzipiell alles. Ich hab mir für den Idioten vor 10 Monaten das Fett absaugen lassen. Ich warte heute noch, dass die Schwellung zurückgeht. Der ist... Der ist der Mullverband. Ja, das ist halt noch der Mullverband, deswegen sieht's jetzt ein bisschen mehr. Ey, der ist pleite gegangen mit seinem Pitbull-Auslauf-Verein. Da hab ich Cindy mir einen 1-Euro-Job als Prostituierte gesucht. Und dann stehst du da an Telt auf der Dorfstraße und keine Sau kommt. Beim Einstellungsgespräch sagte der Chef zu mir, leg dich schon mal hin. Ich meine, er hätte ich das Gewurzeit mal sauber und Schlüpper angezogen.